hey freunde willkommen zurück fragen stock wieder hier ja ich hoffe ihr seid gesund ihr habt gesehen meine top 25 sommer dürfte 2021 und ja seid gespannt sind einige drin ich konnte nicht top 10 machen es ist einfach für den sommer ja es ist so dass es so wenig top 10 und warum top 25 weil ihr müsst euch den sommer das ist ja der sommer für deutschland so heiß kühl regeln dann wieder wie herbst das wetter ist ja ständig anders hier und deswegen 25 und dann gehen einfach nicht nur ja so typische strand dürfte oder so die gehen da nicht und deswegen habe ich top 25 gemacht also lehnt euch zurück und genießt ist auch fangen wir auch gleich mit platz 25 an ja platz 25 ist job um eis ja job um eis ist ein frischer fruchtiger duft die flaume kommt hier gut zur geltung ist süß trotzdem frisch putrig etwas und das macht den duft sehr interessant warum der duft schlecht ankommt ja keine ahnung ich finde ihn erst gelungen hat eine gute haltbarkeit von sieben stunden kann man auch im sommer gut tragen abends ein bisschen also im sommer abend kommt er noch besser sehr beliebt kommt sehr gut an ich kriege komplimente für diesen duft durch die süße wahrscheinlich also der ist wirklich gut gelungen und job um eis sollte die auf jeden fall auf dem schirm haben so auf der 24 ist boss bottle unlimited ja das ist eigentlich den hatte ich ja schon mal vorgestellt und die letzten jahre auch mal ab und zu zwischendurch ein leicht grüner zitrischer duft der frisch ist und der richtig spaß macht zu tragen hyperkeit sechs bis sieben stunden hatte meine frau mag ihn sehr sehr gerne ich komme ganz zum schluss werde ich euch noch meine fraus top sechs mal kurz sagen die hat sie mir aufgeschrieben und sie hat sie dich angeguckt und hat mal gesagt was ihre top sechs sind okay werde ich mal sagen auf jeden fall ist der weit oben ja auf jeden fall unlimited sehr cooler boss bottle flanker kann man nichts zu sagen und ja ist einfach frisch zitrisch und macht man nichts mit falsch eckt man nicht mit an bekommt man jetzt nicht so viel komplimente für aber manche mögen ihn manche sagen nichts eben man kommt ja auch nicht immer komplimente auf jeden fall ist das ein guter duft auf 24 so auf platz 23 julia hat es a gun vanilla vibe ja wenn ihr vanille braucht im hochsommer dann diesen durch weil er ist aquatisch salzig und dann die vanille ich habe ja schon letztens gesagt dieser duft war an anfang nicht mein ding und dann habe ich gesagt irgendwie reizte mich trotzdem und beim zweiten dritten mal hat er mich gecatcht und sehr sehr nice hält so auch sieben bis acht neun stunden ist einfach geil also ist einfach geil letztens habe ich ihn getragen da hatte ich ihn nur mal aufgespielt wieder reich test ja dürfte wie sie gehen an den tag ich möchte das öfters übrigens weil ich kennt mich ja also ich sitze öfters mal von meinen dürften und wer hat sich nicht schon ertappt wer mehr dürfte hat es ist einfach ein geiles hobby und ja letztens war da wirklich seine 9 10 stunden am start natürlich hautnah zum schluss aber sehr beliebt auch kompliment bekommen und ja dieser duft ist geil und ja juliet hassegan vanille weil wenn ihr duft haben wollt dann holt euch den ich muss dazu sagen 1 verwechselt das jetzt nicht von der qualität hier meine top 25 ich gehe hier nicht wegen der qualität aus sondern von den geruch und wo ich sage das ist ein sommer durch versteht ihr so es kann auch mal ein günstiger durch von tollen duft stehen also es geht hier jetzt nicht um nischen dürfte menschen ihr wisst ja dass ich immer meine top 25 top 10 gerne durcheinander macht nicht top 10 nicht top 10 das lasst die anderen das machen sie auch in ordnung aber ich mache das gerne schon von anfang an weil ich habe sie nun mal alle manche haben mainstream auch zu hause und nische zusammen und deswegen mache ich zusammen und ja wie gesagt julie hassegan auf 24 auf 23 so auf 22 kommt ein duft ja der ist schon nicht schlecht einer der besten dieser marke aqua die parma colonia intensa ja das ist ein duft der wirklich frisch sauber neroli ein bisschen ganz minimal im hintergrund dann holzig sehr schöner duft guter sprühe für den sommer der seine sieben stunden hält das ist ja immer so und so und sommer ich weiß nicht ob ich jetzt immer die hyper cut hier sagen sollte weil ihr kennt das ja in sommer dürfte sind jetzt nicht so wie winter dürfte oder wie in herbst dürfte die sind immer stärker obwohl es gibt ausnahmen auch heutzutage sind ja viele schwach geworden er hält seine sieben stunden so im schnitt kann bei meinen weniger sein bei manchen bei anderen mehr ihr wisst es aber wollte einen schönen holzigen leicht eine rolle artigen duft haben dann diesen das original colonia das riecht richtig nach ja schon mehr nach 47 11 eben das habt ihr hier nicht also schrecklich ab hier gibt es kein 47 11 sehr geiler duft auf 22 so auf 21 kommt ein duft ja der sitzt wie ein brioni anzug und er heißt auch brioni und der duft heißt brioni sehr geil vielleicht schreckt das an anfang viele ab weil er riecht eben nach gurkenwasser ja aber dann hat er dieses cremige sehr sehr frische viele sagen auch ähnlich wie cool worte ja ein minimal dieses synthetische ist hier nicht so vielleicht synthetische gurkenwasser so ein bisschen aber er sitzt wirklich genial und das acht stunden natürlich ausspieler hautnah richtig cool also der hat was und der brioni gefällt mir anfang wirklich habe ich gesagt aber jetzt ich trage ihn super gern ist ein super schöner duft der kommt gut an ecklich an kann man überall tragen im büro und so weiter und so fort die anderen dürfte über alle die ich jetzt vorstelle kann man im büro tragen so gut wie es geht sommer dürfte eben und ja den sollte die auf jeden fall und an scherm haben ich werde und natürlich alle dürfte verlinken brioni sehr sehr nice so platz 20 jetzt und er kommt von easy miyaki low dc ja das ist natürlich ein duft der darf nicht fehlen so ganz einfach das ist einfach ein cremiger sehr frischer kalter kühler duft sehr beliebt haltbarkeit acht stunden gut kommt da gut mit durch richtig schön frisch und ja nicht so zitrisch hat er nicht er hat einfach das cremige und einfach eine eine art die die hat man nicht woanders er riecht einfach man merkt dass das easy miyaki ist das ist einfach genial auf einer hinsicht aber ich bin kein großer easy miyaki fan ich habe ihn hier und den blauen noch ich weiß jetzt wieder heißt das sind so seine geilen dürfte und mehr braucht man eigentlich auch nicht vor allen dingen eigentlich muss die sollte man in seiner sammlung haben weil man erkennt es auch an flakon ziemlich stranger flakon hier milchglas sehr cool duft auf 20 easy miyaki sauerplatz 19 jahre ja hier ist ja diese marke wird ja immer teurer oder sie sind teuer weil konkurs gegangen etc ich weiß gar nicht ob der jetzt übernommen worden ist auf jeden fall ja das ist sommer das ist ich stelle mir diesen duft immer wenn man auf so einen kleinen fluss durch die gegend schippert ein sonnen der gang es ist noch sehr warm und dann dieser durchfall aquatisch sehr 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 frisch einfach ja so in den südstaaten so müsst euch das vorstellen amerikanische südstaaten wie heißt das da georgia saverna wie auch immer schwül heißt dann geht dieser duft sehr geil und diese flakons hier mit dieser art herum buddeln finde ich schon so sehr geil coole idee schade eigentlich was daraus geworden ist heilbarkeit ja gut sechs stunden 56 stunden sprüht nach da sind sie nicht sehr stark bei manchen hält er sogar nur vier stunden leider ist das so aber die marke und die dürfte sind schon sehr sehr nice john uber rados artisan blue auf 19 so platz 18 kommt ein duft ich stelle nicht so oft vor man kann ihn auch nicht so oft tragen aber einen sommer auf jeden fall und zwar kennt so ja wer den duft kennt kennt dieses aquatische ein bisschen ja dieses grüne was auf dem wasser bis nicht liegt immer ein schippert oder dieses moos und dann einfach dieses cremige das ist ein sehr geiler duft der acht bis neun stunden gut aushält also ich finde immer dass der trotz der hitze wenn man hitze hat immer da ist und sehr sehr nice ist also das ist ein geiler duft und kennst du form solltet ihr auf dem schirm haben ich habe ja letztes schon auch mal raus geholt der ist einer der coolsten sommer dürfte auch wenn ein bisschen weiter unten ist weil die anderen für mich einfach bessern sommer funktionieren aber der ist sehr geil kennst du form testet immer so platz 17 ist ein monster der stärkste duft der welt mit wenn ich sogar der stärkste und es ist ein paar aquatischer und zwar mega mehr ja von ordo parisi den muss man mögen so die muss man mögen salzig richtig salzig aquatisch rost als wenn rost so ein bisschen ich sag ja immer wenn ihr die titanic hoch holt algen rost salzwasser absolut penetrant stark für viele auch synthetisch stark aber der hat was und wenn ihr einen guten begleiter haben wollt für keine ahnung wie viele stunden soll der füllt hallen silage stark absolut ein monster halbbarkeit keine ahnung 20 stunden und auf den klamotten so und so noch paar tage oder zwei wochen wirklich hammer starker duft ordo parisi mega mehr das ist das monster aus dem wasser wie ich immer sage sehr heftig sehr nice sehr heiß ja sehr geil mega mehr so auf platz 16 kommt der so genannte selbsternannte bei vielen king eben was das monster jetzt kommt der king und zwar eventos von creed so muss ich jetzt nicht so viel sagen das rauchige die ananas das ist die 2015 aber so muss ich immer wieder erwähnen weil ich halte nichts mehr von diesen düften sie diese firma sie wurde verkauft es wird kaputt gemacht ich meine davor war schon nicht mehr so gut das ist noch die alte version und ja ich habe schon getragen da kannte ihn fast hier keiner und da war er einfach der king der größe alle mochten das komplimente ohne das kannte ihn kann inzwischen gibt es 5000 dubs ich habe auch einige auch gute muss man auch gar nicht zu sagen nur es nimmt überhand und ich hoffe dass irgendwann dieser duft mal wieder power kriegt ich mein gut ich muss eins sagen ein beast mode war er noch nie auch nicht in ausstrahlung so das ist so er wurde aber trotzdem immer gut wahrgenommen und ja eventos mehr muss ich da auch nicht zu sagen trotzdem in der version ein sehr cooler duft so platz 15 kommt der erste search of duft und zwar neo neo ich habe ja letztens meine kollektion vorgestellt neo ist einfach geil und wenn ihr richtig die grapefruit ausgeschabt mit zitrone haben wollte richtig ein sehr geiler kalter zitrischer oder fruchtiger abgeschabte schalen duft haben wollt was richtig kühlt dann dieser duft halbbarkeit könnte eventuell besser sein liegt bei sieben stunden sechs sieben nur acht stunden das ist immer verschieden in dem fall wirklich wie das wetter so ob ihr schwitzt aber zu dem duft muss ich nicht mehr zu sagen schaut mal in search of video top ten das ist ein genialer duft absolut genial und lecker und diese marke ist einfach meine nummer eins marke seitdem ich das erste mal die dürfte gerochen habe und ja was soll ich noch zu weiter zu sagen zurtschaft so auf platz 14 kommt ein duft ja ein deutscher duft wird auch in deutschland hergestellt alles deutsch und zwar bergenholz mit sir santal ja und ja ich finde einfach der chef ist super nett super cooler typ grüße gehen raus und wir haben schon geschrieben sehr smarter cooler typ und sieht ja bisschen aus wie der aquaman das muss man ja wirklich mal so sagen und ist auch also ziemlich groß also hat schon stil und wird einfach verglichen immer mit aquaman und er macht wirklich coole dürfte auch dieser duft zum beispiel einfach pfeffrig cremig holzig und das schöne ist viele mein ja das ist nicht von der halbbarkeit nicht gut oder schon erfrechert was man da bekommt also dieser duft hält bei mir neun zehn stunden und selbst eine dusche hält er aus so mehr kann ich nicht sagen jeder haut ist anders aber sie ist ja nicht so dass andere sagen zwei stunden und die anderen zehn stunden so extrem das gibt es nicht aber das ist wirklich so der hält bei mir 19 stunden und nach der dusche nachen schwitzen nachen sauber machen habe ich ihn immer noch gerochen geil dieses cremige holzige leicht süße erdige gefällt mir einfach und ja ich werde die dürfte natürlich noch mal einzeln vorstellen dann kriegt ja auch mehr dazu will mich jetzt nicht ganz zu lange auf einmal wie gesagt 25 dürfte sind ja auch nicht gerade wenig das ist ein cooler dürfte in ihr wenn es wirklich auch schwül ist und zum abend hingehen könnt ihr diesen duft wirklich sehr geil tragen so platz 13 kommt ein duft habe ich auch noch nicht vorgestellt aber da werde ich den nächsten mal eine leyen vorstellen und mehrere dürfte und zwar all saints hans hat ja sunset wight sehr cool das ist ein dürfte könnt ihr besonders abends beim sonnuntergang sehr sehr cool tragen erinnert allerdings sehr sehr stark und das muss man sagen an baccarat rouge 540 fast identisch könnte man schon sagen nur dass hier noch ein bisschen cremigkeit zukommt und der preis meine ganz andere liga ist als ja baccarat rouge man sagt hier viel aber ins positiven sinne das ist so das sind so die nischen dürfte für den schmalen geldbeutel sagen wir mal so wirklich leute schaut in meiner beschreibung holt ihn damit meinen gutschein kund habt ihr wirklich einen super preis und ihr habt endeffekt baccarat rouge nur ein bisschen cremig noch müssen ja noch ein bisschen anders einfach baccarat rouge ist ja allgemein schwer zu beschreiben ihr kennt ja die story wie ich das immer so beschreiben mit den gummi medizin süß und so weiter das ganze habt ihr hier nicht aber auch schon da klar aber der ist genial also all 10 werde ich den nächsten sommer vorstellen was heißt den nächsten also wenn die zeit dafür da ist weil die machen coole dürfte die geht so ein bisschen leider unter die marke für nicht sunset wight ist so das zug fährt also richtig geil wie sie gesagt wie gesagt beim sonnenuntergang sehr sehr nice sunset wight von all saints so platz zwölf ist ein duft was soll ich dazu noch sagen elysium von roger ja ich glaube da muss man nicht viel zu sagen dieses fruchtige diese ganzen früchte anfang unsüß zitrisch und dann das holzige endstation was das angeht endstation wenn der ein bisschen mehr ausstrahlung hätte dieser duft silage das wäre das geil das wäre das richtig geil ich meine es ist ja schon geil dann wäre das richtig geil natürlich meine ich das ist so männlicher richtig männlicher holziger fruchtiger duft von aller feinsten also immer wenn ich ihn richtig trage den so gern richtig cooler duft elisium rosa parfüm das ist schon sehr sehr nice auch der flakon handarbeit gefällt mir also damit könnt ihr gar nichts mit falsch machen saugeil saugeil so platz 11 und da kommen wir jetzt zu diesen was ich meine das ist hier ein sommer durfte eine sommer durfte liste hier geht es nicht um die qualität aber der rosa hat ja eine geile qualität ist ein geiler duft aber dieser duft der jetzt kommt der war bei mir zum beispiel an den stand dürfen auf 1 und zwar jils an ja es ist ich müsste vielleicht mich ein bisschen rechtfertigen weil er ist ja wie gesagt bei den strand dürften ganz oben bei den sommer dürfen so zum tragen ist er jetzt nicht ganz oben aber trotzdem schon ziemlich weiter da gibt es sind ja so viele gute dürfte und sunset 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 duft in endeffekt der sunset beach duft in endeffekt ja nein ich meine den sun duft der ist einfach eine legende deswegen habe ich ihn in 200 ml ich muss dazu sagen der kam ja meine kritik dass er krebserregende stoffe drin hat ich muss dazu sagen gleich vorweg einige dürfte oder sehr viele dürfte haben krebserregende stoffe drin man soll es ja nicht unterstücken oder nur alles hier 50 ml draufhauen ohne ende dass das natürlich logischerweise aus dem labor kommt und nicht wie ein apfel ist zum beispiel so gesund wie ein apfel oder wie auch immer ist doch logisch ist es klar und so weiter und so fort nur manche haben ja mehr drin gehabt ob das ist es immer noch so ist weiß ich nicht benutzen ja nicht so oft auf jeden fall ist es aber ein geiler duft ich will das habt jetzt keine angst den zu kaufen den trägt man so und so nur wenn es wirklich heiß ist und dann ist das ein geiler duft auch zu spazieren gehen auch so um 19 20 uhr wenn es ein bisschen kühler geworden ist das ist so hammer ja sehr geiler duft und für mich trotzdem am strand ist es der beste duft so jetzt tauchen wir eine die top ten ja gleich vorweg die anderen sind ja auch alle geil es ist so schwer jedes mal wenn ich eine top ten liste oder top 20 mach ist es einfach schwer und jetzt kommt noch ein roger duft und zwar oceania ja ich liebe diesen duft er kommt bei vielen nicht an gut ich finde ihn nice dieses cremige leicht dieses bisschen vanille zieht ist so eine vanille zitrone die sich in die nase knallt und denn ein bisschen nevea creme im hintergrund und deswegen ich mache diesen duft das ist auch urlaub für mich und der vorkommen wer gefällt ja richtig cool ich habe keine probleme mit der halbbarkeit neun stunden manche nehmen den duft auch gar nicht war also ihr müsst ihn auch wirklich tragen wenn es warm ist das dürfte nicht vergessen und sehr gerne dürfte ich werde ja am wochenende beziehungsweise vielleicht nächste woche steht alles noch nicht fest ist ein bisschen eng weil ich noch einiges zu tun habe nach sylt fahren da wird der duft mitkommen so ich werde natürlich auch videos von dort machen wahrscheinlich wird oder nicht wahrscheinlich es wird an sonntag kein dürfte der woche kommen das fällt aus eventuell wird aber freitag also morgen noch ein video kommen aber das muss ich mal sehen ob ich das schaffe auf jeden fall heute stelle ich euch diese dürfte hier vor die top 25 das sollte ja vielleicht erst mal reichen falls kein video nur morgen kommt weil wie gesagt wenn ich am wochenende losfahren und das alles mache schaffe ich das mit den dürften an sonntag nicht also die dürfte der woche auf jeden fall dieser duft hier oceania wird auf jeden fall mit in den urlaub kommen sehr geiler duft so platz neun kommt von search of und ist ja da ist ja der sommer duft gibt ja nicht so viele sommer dürfte bei search of aber hier einfach fruchtig frisch kühl trotzdem war die frucht ich liebe dürfte die fruchtig sind die auch süßer sind aber die den sommer auch gut tragbar sind und da gehört dieser duft zu und ja den kennen viele er wird viel mit erba purer verglichen warum auch immer ich finde jetzt sie haben schon ein bisschen ähnlichkeiten aber eben nur durch die fruchtigkeit und sonst war es das eben auch erba purer ist ein winter duft meinetwegen auch noch herbst meinetwegen vielleicht auch noch frühling aber und das oder den hier könnt ihr auf jeden fall den sommer gut tragen und der kommt richtig gut richtig guter duft bei mir muss ich dazu sagen weil manche sagen der hält oberkrass bei mir könnte die hypercard auf jeden fall besser sein und da ist sie nicht so stark und ja aber wie gesagt mal gucken wie es an der see ist ich werde den auch mitnehmen in den urlaub und so weiter und so fort wenn ich dann fahr und dann testen wir mal noch mal da ascento search of so platz 8 ja paar 50 mal so schnell geht das queen die letzten monate vorgestellt geil und das ist eigentlich ganz simpel der ist nur sauer richtig sauer grüner apfel frisch auf die fresse soll mehr muss ich da nicht zu sagen einfach frisch und mit der dna vielleicht ein bisschen von percival minimal aber nicht dieses holzige und das andere sehr geil ich gleich vorweg ich habe personal nicht in der liste ich könnte den als ausstehenden jetzt mal so sagen können man auch sehr sehr gut im sommer tragen habe ich jetzt nicht drin ich könnte ja noch so viel aber da müsste ich eine top 50 machen es gibt so viele dürfte aber ich wollte jetzt gehen einfach richtig auf die fresse frisch und sauer grün ist sehr gerne duft so jetzt kommt auf platz sieben ein duft und der mit einer der stärksten sommer dürfte ist nehmen wir mal den mega mehr weg und zwar am orange sunshine man ja das ist ein sommer durch so wirklich aber der ist so stark 12 13 14 stunden hyperkeit jetzt werden viele sagen moment mal meiner riecht aber nicht so lange und meine flüssigkeit ist auch grün tja das ist die erste auflage und dies und so stärker als die aktuelle mit den grünen da kann man mal sehen es ist ja so dass sonst viel parfüm ins gelbe um ja um springt wenn sie so ein bisschen älter werden hier ja nicht das ist vorweg wegen der der orangen orangen brandy ist hier drin sehr geil und das ist ein so geiler duft der euch immer begleitet den ganzen tag und der geht nicht auf die nerven nicht zum beispiel könnt jetzt nicht interlude man raufknallen hochsommer nein der ist ganz schwer zu beschreiben dadurch weil er so stark ist in der silage innerhalb der version jedenfalls aber trotzdem ist es ein sommer duft also dass ich liebe diese einer meiner lieblinge in meiner sammlung sunshine am orange sehr geil so jetzt kommt platz sechs ja ich habe ihn jetzt bald in deutschland so wie es ausschaut ihr wisst ja schon was kommt es eigentlich sonst bei mir ganz oben im sommer ist er jetzt nicht ganz oben das ist auch nicht böse gemeint aber signature form von sarow gehört einfach in die liste ja dieser duft hat alles frisch fruchtig cremig oldschool barbershop dann wieder moderne welt aber nicht wirklich durchgehen nein einfach alles das ist so ein genialer duft so genial gemacht und ja leider bis jetzt nur in usa zu bekommen kanada weiß ich nicht ich werde ihn auf jeden fall nach europa bringen und nach deutschland es sieht sehr gut aus es wird auch wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern gucken wir und dann sage ich euch bescheiden dann könnt ihr euch den hier holen auch für einen guten preis sehr geiler duft sarow signature form ja da muss ich auch nicht zu sagen das ist george hatte ein duft kreiert sehr sehr nice und da liegt die betonung auf nice wie der dog immer sagt sehr geil signature form so platz fünf ist ein duft den gibt es leider nicht mehr ich werde ja wie gesagt eine dürfte und so gut wie es geht verlinken ja mfk apom pur um kocha in seinen duft das ist so ein genialer duft der strahlt eine wärme aus durch die ich glaube orangen blüte ich habe jetzt weiß so viele dürfte sind orangen blüte oder auch ganz schön cremigkeit fruchtigkeit hat er ist so auch genial zu tragen so ein geiler duft eigentlich schade ich frage mich immer warum warum werden diese dürfte rausgenommen verstehe ich nicht platz fünf apom von kochern so platz vier ist ein duft ja den gibt es ganz schwer in der variante ich weiß nicht ich habe mal gehört dass sie den neu auflegen wollen keine ahnung auf jeden fall central park von bond number nine nicht central park east central und so weiter sondern der originals einfach frische grüne frische so das gras ja passt ein bisschen kann man nicht so ganz mit dem center park aber wenn ihr in central park sitzt ihr müsst euch das wurscht wer das kennt weiß dass ihr setzt euch dahin rundherum die wolken kratzer von manhattan es ist schon geil und wenn ihr den duft das passt schon also sie kreiert ja dürfte die immer so ein bisschen zu der ecke von new york passen ich finde das passt nicht alles zum beispiel soweit ich das in kopf vielleicht werde ich ihn noch mal das ist vor vier jahren gewesen schade eigentlich wall street ist so ein bisschen verkackt worden muss ich sagen es hat nicht wirklich aber ich muss sie vielleicht noch mal aber ich glaube der ist das ist einfach nicht so wie es sein soll aber center park absolut gar wenn ihr wirklich grüne wirklich das frische hamburg cremig auch zitrisch ein bisschen dann ist dieser duft wirklich für euch top sandelpark bonnummer nein so platz drei ist ein sehr außergewöhnlicher duft den ich noch nicht vorgestellt habe aber ich habe immer gesagt das mache ich und zwar eight and bob ja eight and bob da ist eine super coole geschichte die ich gar nicht so ausführen kann komplett aber ich erzähle sie mal weil sie wirklich sehr interessant ist jedenfalls ein stich teil oder ein bruchteil davon und zwar der junge john f kennedy der während seines studiums nach europa geflogen ist um sich da ein bisschen ja umzugucken was auch immer die c gemacht hat will dass sie gesagt nicht ausführen hat da ein paar familie getroffen in frankreich und der hat einen duft getragen und das fand john f kennedy wirklich so gut wirklich so gut dass er wo er wieder nach hause geflogen ist er hatte immer diesen duft im kopf und er wollte den unbedingt haben und hat den parfümier dann noch mal gesucht beziehungsweise ausfindig gemacht und hat geschrieben dass er acht proben haben möchte plus eine für bob ist sein bruder von john f kennedy und deswegen auch eight and bob coole geschichte eigentlich und dann hat er auf jeden fall weil er konnte ja den duft nicht machen er wusste john f kennedy weiß ja nicht wie man dürfte machen und hat er auch die inhaltsstoffe nicht und so weiter und so fort und ja dann hat er den ausführung gemacht und hat ihn gefunden und der hat ihn dann acht proben geschickt plus eine für bob sein bruder weil er das auch sehr nice fand diesen durft acht zum beispiel kann ich jetzt euch nicht sagen welche acht leute das waren auf jeden fall hat er ja sehr viel komplimente weil er hat ja von dem parfumier aus frankreich eine probe also eine kleine probe mitbekommen die er dann nach amerika genommen hat und getragen hat und das war so beliebt dass ihn einige leute so beneidet haben und ja acht leute wollte dann einfach acht proben plus eine für seinen bruder und deswegen eight and bob und dieser duft ist cremig iris blumig passt einfach anzug also nicht hier jetzt mit bulls oder solchen kann man auch machen aber anzug passt wirklich zu john f kennedy auch zu seinen bruder oder das ist egal es passt einfach und mit anzug auch noch weißes hemd tragen und so weiter richtig ein bisschen wie fahrenheit 32 nur ein besser so wer zwar fahrenheit 32 kennt der sehr beliebt unter den leuten die den gut finden sollte den hier mal testen dass oder parfüm ist das das gibt es auch in der robert f kennedy schatulle habe ich hier hätte ich jetzt zeigen können mache ich vielleicht mal wenn ich den einzelnen noch mal vorstellen und robert f kennedy ist ja auch gesagt er kennt sich bruder der ist aber nur darauf soweit ich weiß weil der eine stiftung hat und deswegen ist die schatulle mit robert f kennedy so ist ein bisschen kommuniziert die story ist ziemlich lang man könnte das noch viel mehr erzählen auf jeden fall so ist elton bob entstanden und dieser duft ist ein traum er könnte auch gut auf eins sein nur es ist eben ein pudriges nicht ein typischer sommer duft also schon sommer kann man das ganze jahr tragen aber dass diese cremigkeit und das ist das ist einer meiner lieblinge in meiner sache ich habe den auch so gut wie bis jetzt nicht gebraucht und die schatulle mit robert f kennedy denn es ist ein drauf ist schon sehr sehr geil das buch dazu da steht die story auch drin also elton bob coole geschichte finde ich also ich möchte gern hat das ja einfach nur so geschrieben hat gesagt schicken wir bitte mal acht proben und plus eine für bob so und so ist dann auch elton bob der duft gekommen und genial absolut genial so auf platz zwei ist ein duft von gelungen wie ich mal so schön sagt und zwar l'homme ideal cologne gibt es leider nicht mehr aber ist auch viel auf dem markt also sehr viel auf dem markt sehr beliebt also meine frau liebt ihn an mir das ist der lieblingsstoff meiner frau dann sage ich immer dann ist feierabend wenn ich die trage zitrisch zitrone und dann mit mandel also besser geht's nicht ich habe da backup flakon vier stück von geil viele sagen der hält gut ich muss sein leider du musst manchmal 15 sprühe rausknallen es ist leider nicht so stark aber wenn ihr ihn tragt manche nehmen schon war aber es muss schon sehr warm sein und dann ist der geil aber ja der ist schon sehr leckerer duft und ja was soll ich anders schade dass sie ihn rausgenommen für das cool ist aber auch geil dass auf einmal den alle lieben weil ich habe den schon gemocht wo er noch nicht so beliebt war weil früher hat man gesagt ja der hält ja nicht und einfach ein sting normaler sommer duft und seitdem er eingestellt worden ist und geiler duft und hammer gibt keinen besseren und so weiter ich meine gelang macht gelang macht ja sonst so sehr geile dürfte und das ist ein haus was mit ein ja eigentlich die besten dürfte mit macht die haben die qualität auch im mainstream bereich das ist schon hammer das ist schon wirklich hammer sehr geiler duft so platz eins ist bora bora es ist der bora bora durfte als es ist ein traum komfort mandarin oder marfi aqua so ganz einfach ja was willst du es ist sommer es ist pur sommer jetzt könnte man jetzt haben habe ich auch gesagt strand duft aber das ist hier ihr müsst euch wenn ihr auf bora bora seit oder mal die dieben oder das traum mandarin frisch die leichte süße den kann ja gar nicht so beschreiben mehr wasser aber kein stinken ist mehr wasser kein salzwasser einfach als wenn das meerwasser leicht süßlich ist geiler duft und auch eine aqua version übrigens da ist dann nämlich noch ein bisschen frischer deswegen aqua version ich hatte auch die normale die hat ist ich habe ich nicht mehr für euch ruhig mit die normal aber muss man nicht unbedingt haben aqua kostet auch weniger kriegt er denn 100 und hält sogar glaube ich noch länger ich habe das den alten nicht mehr in kopf das eau de parfüm aber das eau de toilette ist richtig gut abzugern deswegen auch zurecht auf eins das ist ein sommer durch von aller feinsten mandarin oder marfi aqua auf 1 so und jetzt kommen noch mal die top 6 meiner frau die hat sie mir hingehangen weil ich soll die euch mal kurz sagen das ist ihre top 6 mal sehen was ihr davon haltet platz 6 sie macht übrigens keine top 55 die zahlen macht sie nicht meine frau ist aber schon mal ist es tränz platz 6 jan war wäre das adressant blu platz 4 hugo boss unlimited könnt ihr mal sehen das ist bei mir auf 24 platz 4 tom ford mandarin der marfi der auf 1 bei mir platz 2 isibiyaki le odyssey ja kann man mal sehen platz 2 george sarow und platz 1 ihr habt ja hier richtig hingehört natürlich gelungen ideal köln ja das war oder ist die liste meiner frau die top 6 ja ich hoffe euch hat das video trotzdem gefallen ist es nicht mal so einfach so aus dem steg greift die 25 dürfte mal so vorzustellen und ja das waren auf jeden fall sommer 2021 top 25 und ja genießt noch den sommer und wie gesagt eventuell kommt morgen noch ein video wenn nicht auf jeden fall dienstag wieder aber ja ich werde eventuell noch mal an wochenende live gehen wenn ich das schaffe und dann werden wir gucken ob ich den weg ich mal nach sylt wieder fahrer ob ich das schaffe oder ob wir das schaffen und dann sagen wir euch bescheid und es werden natürlich videos von sylt geben keine eins also bis dann was gut freigens haben ein 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 Untertitelung des ZDF, 2020